Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Öni hier und herzlich willkommen zu Revanche um Team of the Year, Sergio Ramos! Ja, meine lieben Freunde, im ersten Spiel hatten sich ja schon sehr viele von euch beschwert gehabt, dass ich auf Neymar, Jobson, Diego Alves sogenannte Boost-Karten verwendet habe. Das hätte ich echt nicht machen müssen, war eine scheiß Aktion von mir. Daher biete ich heute den FIFA-Schockers an, ihren Sergio Ramos zurückzugewinnen. Ist echt eine nette Geste von mir. Eigentlich hätte ich das gar nicht machen müssen, weil die Jungs hatten auf ihrer Bank auch Spieler gehabt, die diese Boost-Karten hatten, aber ich habe mir gedacht, scheiß drauf, biete ich denen nochmal die Chance an. Das ist ja schließlich schon deren zweiter Team of the Year-Spieler, den die gegen uns verloren haben. Und da wollte ich einfach mal so nett sein und denen die Chance anbieten, ihren Ramos nochmal zurückzugewinnen. Haben mir auch schon viele von euch gesagt, dass das eine gute Aktion ist. Ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich ins Spiel. Also ich kann heute hier unseren Ramos für uns behalten oder wir müssen ihn abgeben. Also ich bin richtig nervös, Freunde. Er wird auf jeden Fall ein geiles Spiel. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich direkt im Spiel wieder. Bis gleich. Und da sind die Jungs auch schon direkt. Ach du Scheiße, Alter. Jetzt bin ich echt gespannt, was das für ein Spiel wird hier, ey. Rückspiel um Sergio Ramos. Ich bin so nervös. Wenn wir verlieren, dann ist einfach unser Ramos weg, ey. Das ist unfassbar. Aber, Freunde, wir müssen heute Gas geben. Wir müssen heute Ramos für uns behalten, denn der gehört einfach zu unserem Team. Ja, schauen wir uns mal deren Team an. Was haben die hier? Oh, genau das gleiche Team wie das letzte Mal, nur ein bisschen anders jetzt, glaube ich. Thiago in Form. Och du Kacke. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, starten wir direkt ins Spiel. Spartiaten. Los geht's. So, komm, jetzt haben wir hier Zumba, ey, mal. Zack, auf Willian, Willian, schick mal hier Jobson. Lauf um deinen Job, Junge. Schieß, 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 Jobson. Ach, komm, komm, komm. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Scheiße, Mann. Kacke, 1-0 hier für den Gegner. Eden Hazard macht dir das Ding in, ey. Fuck, Mann. Komm, Freunde, wir lassen uns nicht einen Tisch dann machen. Direkt hier die Antwort. Komm, zack, wir spielen jetzt hier schön sweaty, sweaty, sweaty. Sweaty, Jimmy Banana, but why now we spielen sweaty, sweaty, sweaty. Komm, oben, oh, scheiße, Mann, was mach ich denn hier? Wir müssen uns jetzt den Ball zurückholen. Komm, Ramos, geh mal hier ran, Junge. Ran an den Speck, hör mal, ran an den Speck, wie bei den fetten Weibern. Oh, Mann, scheiße, komm, ey. Komm, komm, jetzt hier, Berna, oben steht hier wieder Zumba, Neymar. Willian überläuft, Willian, komm, Digga, Willian, Willian, bring die Flanke, Junge. Oh, aber die war abgefälscht, haben wir Zumba, Neymar. Finneßschot, Finneßschot. Scharmuta. Ist klar, Alter, ist klar. Boah, Junge, ey. Geht da hier ja durch mit Robben. Nein, 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 oh, Junge, Diego Alves, wie der Dinger rettet hat. Freunde, Mann, wir brauchen Tore. Weg, 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 weg. Speck weg. Jo, komm, jetzt hier der Konter. Junge, was war das für ein Abwurf, Alter? Richtige Kanonenfeuerkugel. Komm, Berna, 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 du kleiner, na, lauf, Willian, 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 lauf, Willian, Willian, Flanke, Willian. Es steht da, Jobson, 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 nein. Oh, Mann, ey, Freunde, Ecke, 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 Ecke. Komm, jetzt bringen wir eine schöne Ecke hier auf Rille, Berna, Berna. Wo bist du, wo bist du, mein kleiner Schnurkiputzi? Berna, komm, bring eine schöne Ecke hier auf irgendeinen Kopf da. Irgendeinen Kopf, Ronaldinho. Schieß, schieß, Ramos. Team auf die hier. Sergio Ramos. Oh, Colasso, der Sergio Ramos, Freunde. Das kann doch nicht wahr sein. Die scheiß Webcam ist hier am ruckeln, aber das ist mir scheißegal. Ramos macht dir das 1 zu 1, Junge. Was mache ich denn da? Scheiße, fuck. Fuck, 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 er läuft, er läuft. Mann, ey, leck mich doch am Arsch hier, Alter. Ich flipp gleich aus. Gleich erlade der Controller wieder hinter der Couch. Das kann doch nicht wahr sein. Wie rennt der da durch, ey? Komm, Willian, Willian, Willian. Ramos, 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 Ramos. Ramos a la playa. Oh, oh, oh. Bring eine schöne Ecke. Oh, oh, oh. Komm, Digga. Thiago Silva, schieß. Willian, Willian, Scheiße. Fuck, ist das hier eng. Ronaldinho finischt. Aber der geht über die Wolken, Mann. Ne Güte, leck mich doch. Komm, komm, Zumba Neymar, Zumba Neymar. Zack, auf Willian. Berna, Berna, Berna. Schusswinde oben wieder. Neymar, komm, lauf, Berna. Setz dich durch, setz dich doch durch, du kleiner Möse, Möse. Möse, schieß. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Warum lupfst du den Jobsen mit deiner Glatze, Mann? Will der mich verarschen? Warum lupft der den denn? So, Freunde, die erste Halbzeit ist vorbei. Wir brauchen nochmal Motivation, also Musik an. Komm, Jungs, wir schaffen das. Wir müssen jetzt nochmal alles richtig Gas geben hier in der zweiten Halbzeit. Wir müssen das Spiel nochmal drehen. Wir dürfen unseren Team auf die Ramos nicht verlieren. Wir müssen jetzt nochmal alles in die zweite Halbzeit setzen. Komm, Digga. Los geht's in die zweite Halbzeit. Ab geht hier die Post. Was ist denn hier los? Huh, los geht's. Boah, was für eine geile Mitnahme von Kelvin. Bring die Flanke, Junge. Die kommt, die kommt, die kommt. Nein, Manuel Neuer. Egal, jetzt haben wir nochmal unseren Willian hier. Zack, kriegt er mal den Schuss. Find er setzt. Bring mal die Flanke jetzt hier. Komm, Zumba. Nein, Mann, nein. Ach, das gibt's doch nicht. Was ist denn hier los? Um Jottes Willen. Freunde, wir sind bisher ungeschlagen in Pink Slips. Wir dürfen heute nicht das erste Mal verlieren. Wir dürfen es nicht verlieren. Wir dürfen nicht verlieren. Was machen die? Lecken die da rum? Oder was ist da los? Komm, schickt jetzt hier. Remy. Remy, 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 Kolosso. Junge, was haben wir hier für ein Glück gehabt? Ach du Scheiße. Guckt euch das an. Richtiges Scheißt-Tor normalerweise. Würde mir das passieren? Ich würde so ausrasten, Freunde. Boah, was ein Glückstor, ey. Nein. Oh, boah. Junge, Alter. Hab ich gedacht, der geht rein. Der hab ich gedacht, der geht rein. Ey, der hat doch nur den Ball gespielt. Der hat nur den Ball gespielt. Guckt euch das an, Freunde. Der zieht den 2 ein bisschen, aber spielt doch trotzdem den Ball. Ach, du Kacke. Ich hasse solche Freischlüsse. Die kommen genau aufs Tor. Guckt euch das an. Guckt euch das an, Mann. Fick dich in den Arsch, Mann. Leck mich doch am Arsch. Diese scheiß Tore, ey. Leck mich am Arsch. Alles klar. Alles klar. Jetzt ist noch sein Eto'o im Spiel. Alles klar. Ist klar. Oh, boah, Junge, ey. Komm jetzt hier. Neymar. Zumba Neymar. Zack. Ein Doppelpass. Wir sind durch. Komm, komm, komm. Jetzt aber. Jetzt oben Neymar. So, Neymar. 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 Komm, Neymar. Was mache ich denn hier, Alter? Ja, kein Abseits. Fringen die Flanke. Ja, Remi. Schieß. Goin. Nein. Scheiße. Ja, ist klar. Was ist das denn für ein Pass? Habt ihr das gesehen? Dreht der sich so rein wie eine Banane, Alter. So habe ich schon nie gesehen, so ein Pass. Komm, jetzt. Schick, Remi. Schick, Remi. Lauf, Remi. Lauf, lauf. Oben Neymar. Komm, nein. Was für ein Scheißpass hier. Was? Lauf, lauf. Das kippst doch nicht. Komm, jetzt aber jetzt. Ey, Schiri, man. Habt ihr das gesehen? Gib dem einfach einen Bodycheck, man. Ist der Rille oder was? Komm, komm. Jetzt aber oben. Jetzt nochmal oben. Dann wieder unten. Dann wieder unten. Unten. Hundeteller. Hundeteller. Schieß, Remi. Hundeteller. Meine Güte. Das kann nicht wahr sein. Komm, jetzt Ronaldinho nochmal. Scheiße, ist das hier eng, man. Was macht der denn da? Haut der die brasilianischen Zamba-Zamba-Skills raus? Bring mal jetzt eine schöne Flanke auf irgendeinen Kopf. Ja, genau da. Ach, nein. Ja, komm. Jetzt aber hier. Jetzt aber hier. Jetzt aber hier. Jetzt aber hier. Zabaletta, Zabaletta, Fallrückzieher. Nein. Ey. Ja, wunderschön. Remi, Remi. Ja, Neymar. Ja, Colasso. Zumba, Neymar. 3 zu 3. 80. Minute. Oh, guck mal, Remi. Was eine Vorarbeit. Jeder hätte gedacht, wir flanken, aber nein. Oh, wieder so ein Abstabber-Tor. Freunde, heute passieren nur Scheiß-Tore. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Sorry. Ja, komm, ist klar. Was ein geiler Trick. Habt ihr das gesehen, Freunde? Ey, komm, geh doch mal dran. Geh doch dran hier, Alter. Scheiß Robbe, ey. Leck mich am Arsch, du Serum. Oh, Robbe. Ja, komm. Ich riech schon das Tor. Ich riech. Ich hab gar keinen Bock mehr, Freunde. Ich mach aus. Ich mach aus. Oh, mein Gott. Weg damit. Weg, weg. Boah. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Meine Güte. Ja, der macht einen Fehler. Der macht einen Fehler. Freunde, guck mal. Was ist denn hier los, ey? Ja, mein Lieben, Freunde. Die Spielzeit ist vorüber. 3 zu 3. Es muss wieder in die Verlängerung gehen, wie beim letzten Mal. Ach, du Scheiße, Freunde. Aber wir geben nicht auf. Wir werden jetzt nochmal richtig Gas hier geben, meine Lieben. Wir wechseln auf jeden Fall nochmal hier Megidi ein. Der wird nochmal richtig Schwung in die Mannschaft bringen. Ich rieche das schon. Wer ist am Arsch? Du bist am Arsch. Komm, wir wechseln nochmal Calvin raus für Megidi. Oh, Scheiße. Wir haben alle gewechselt. Kacke. Minus. Egal. Los geht's in die zweite Halbzeit. Äh. Was laber ich denn? Die Verlängerung. Ich bin so am Arsch gerade, ne? Nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was war das für ein Schuss, ey? Ist klar. Leg ihn vor die Füße, du kleine Pussy. Ja, komm. Ist klar, Mann. Ist klar. Leg mich am Arsch hier, ey. Scheiß-Controller. Hier, Alter. Flieg auf die Fresse, du Scheiß-Controller. Komm, Zumba-Nemma. Zumba-Nemma. Schieß doch, ey. Du kleiner Idiot, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Boah, Alter. Hat der denn da rausgefischt? Hör mal. Boah, Junge. Ist das hier eng? Der hat auf sehr defensiv gestellt, der Schweinebacke. Du Schweinebacke. Oben läuft William. Lauf, lauf. Komm, William, William. Was machen wir jetzt, Freunde? Oh, wunderschön gemacht hier von William. Geh mal hier durch. Geh mal durch. Wenigstens hauen wir auch mal jetzt eine Ecke nochmal. Komm. Jetzt auch ein Kopfballtor. Komm, 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 komm. Ja. Nein. An die Latte. Das gibt es doch nicht. Ramos, du Idiot. Ramos, du Idiot. Ey, Mann. Und er geht auch nicht rein. Dieser scheiß Neuer. Der hält doch echt alles. Wie kann der nicht reingehen? Ja, komm. Lauf, lauf. Schieß. Elfmeter. Gib doch Elfer. Ja, ja. Komm, Flanke. Schnell, schnell, schnell. Ja, komm. Kopfball. Nein. Fallrück, Sieherseit. Fallrück, Sieher. Mann, ey. Boah, ich flipp hier aus. Nur noch zwei Minuten zu spielen. Komm, die zwei Minuten zeige ich noch, Freunde, Alter. Komm, die zeige ich noch schnell. Komm, jetzt müssen wir hier nochmal. Komm, ich bin jetzt leise, Freunde. Ich muss mich konzentrieren kurz. Ich muss jetzt nochmal richtige Konzentration hier. Richtige Konzentration. Komm, komm. Dran, dran. Ey, komm, Mann. Das gibt es doch nicht. Ey, leck mich doch am Arsch. Was machen die da? Komm, jetzt noch einen Angriff. Guck mal, ganz oben. Ganz oben. Diese Lücke da. Diese Lücke, die habe ich gesehen. Die habe ich gesehen, Alter. Strapizte ihn. Guck mal, jetzt flache Flanke und der ist drin. Flache Flanke. Nein. Ey. Mann. Ah, fick dich doch in den Arsch, Alter. Leck mich am Arsch. Dieses scheiß Drecksgame, ey. Hier. Drecksgame. Ja, 4-3 verloren. Super. Geil. Ramos weg. Alles weg. Hier. Leck mich am Arsch. Ach, Freunde, ey. Ja, was soll ich sagen? Ich bin ziemlich abgefuckt jetzt. Mann, ey. Unser erstes Pink-Schlips-Spiel. Das ist schwer. Blablabla. Was wir verloren haben. Ja, meine lieben Freunde. Kann man nichts machen. Ich war so nett. Ich habe ihm mal die Chance angeboten, Sergio Ramos zurück zu gewinnen. Hat er ausgenutzt. Ja. Hätte ich nicht machen müssen, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich so ein netter Kerl bin. Und ja. Jetzt hat er Ramos gewonnen. Ja. Falls euch das Video trotzdem gefallen hat, würde ich mich wieder bei 3000 Likes freuen, meine lieben Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Und ich muss mich jetzt erstmal beruhigen, ey. Ich bin jetzt so auf 180, ne. Ich könnte jetzt irgendwas kaputt machen, Alter. Ich mache gleich diesen scheiß Ikea-Tisch hinter mir kaputt. Ja, meine lieben Freunde. Mann. Ich bin fassungslos. Ich kann nichts sagen. Erstes Spiel, was ich verloren habe. Zack. Und dann noch Team of the Ramos. Unseren Ramos. Ja. Statistik sehen wir. War eigentlich ganz ausgeglichen. Immerhin. Mann. Ja, Freunde. Macht's gut. Euer Öni ist raus. Haut rein. Und ciao. Meine Güte. Ich flipp gleich aus hier, Alter. Mann, ey.